Erhalten den blau gefärbten Poncho gratis. Geil, Digga. So. Ist ja auch nötig. Digga, jetzt im Update, es sollen so geile Sachen kommen. Du kannst dir ja quasi einen Job aussuchen. Du kannst Gesichtszüge, kannst quasi das Gesicht deines Charakters löschen und es neu erstellen. Ohne dass der ganze Spielstand deletet wird. Viel zu stark. So, dann können wir gleich weg. Ja. Ich muss übertragen. Sam, kennst du eigentlich irgendwelche Games, die in der Zukunft noch rauskommen, die geil sind? Ah, ich muss ja schon weg. Kein Kommentar dazu. So, ich glaube, das Spiel ist jetzt auch an. Jawohl. So, ich glaube, das Spiel ist jetzt auch ein bisschen zu schützen. was habe ich hier jetzt klingelt jemand ja ich bin auch zurück ich glaube es war bei mir noch keiner im stream tatsächlich ein bisschen frech muss ich gestehen aber junge anderthalb stunden gestreamt kam mir vor wie eine halbe ewigkeit als wir als ich da mal vier stunden gestreamt habe wo du irgendwie sechseinhalb stunden gestreamt hast mit diesem typen dem wir da der mit dem wir die er heißt mission gemacht haben egal es kam mir so ultra lange vor vier stunden sind auch nicht wenig ne also für raskology ne fortnight der hat gesagt der konnte nur irgendwie vier stunden stream und das wäre wenig für ihn ja es ist auch hauptberuflich ja ich mach das auch hauptberuflich ja was soll das denn heißen jetzt die 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 Junge Luki, kaufte mal Red Dead Redemption. Denkst du, ich habe Geld dafür? Ja. Ja, okay. Okay, Jump ist einfach weg. Okay, wir haben keinen Jump mehr. Ich habe so gehofft. Digger, das ist doch so retarded, Alter. Alter. Was ist das für eure Scheiße? So, the capitalists. Digger, jetzt hör auf zu spam, du Wichser. Ey, nicht solche Ausdrücke in meinem Stream. Ist auch mein Stream, okay? Ach, streamst du auch? Ja, Digga. Ich wills, YouTube-Animus-Floaten. Brawlala, Alter. Ja, das Spiel ist ja so dead, Alter. Ist ja immer noch Weltmeisterschaften, also. Ist ja unnötig. Aber ich weiß halt nicht, was Merz und macht auf YouTube oder Twitch-Stream. Ich glaube, Twitch ist besser. Ich glaube, Twitch ist besser. Dann lassen Leute gerne mal Hits da. Ich habe da noch nichts eingerichtet. Ich auch nicht. Oder? Vielleicht mal so ein PayPal hinterlegt. Stimmt, das kann ich auch machen, Alter. Ich könnte einfach PayPal-Link... ...warte mal. Das mache ich jetzt, Alter. Ich hinterlege da einen PayPal-Link... ...in meiner Videobeschreibung. Hier könnt ihr so melden. Ja, nochmal. Okay, Spade. Mann, Alter. Ich bin so vital, dass ich da... ...in Challenge-Sichter. Ja. 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 So, kopieren, zack. Ja, das war so klar, hätte ich nicht machen sollen, Alter. Das ist doch so ein Müll, Alter. Piss dich. So, warte mal, jetzt hier, oder wo kann ich das einstellen, oder? Ja, ne. Meine Videos. Zeig, Alter, bearbeiten. Ist schon wieder so undankbar, Alter. Kommt schon wieder Cancer bei dem Spiel. So, wie schön. So, jetzt. Ist schon wieder geschlossen. Das ist gut. So, jetzt, ich werde noch zweiеры. So, ich werde noch zweiеры. Also, ich werde wieder so vieles Leben machen. Es ist gut. Wir beide machen. Okay, derger. jetzt muss noch hier ein richtiges machen wie es ist bei dir der salz gehalt der salz gehalt auf tote meer so schlimm dass so zack jetzt gleichwertig gekickt in aktivität ok okay Ich werde dich schreit. weil ich habe sogar bei mir auf dem kanal geschrieben check die mal aus und dann ein kanal da verlinkt der wenn das nicht ehre ist die wahrheit hier so zack ich habe genug zeit es gibt kein ich habe den Timer Limit Müll ist sowas, Alter. Wieso ist sowas da noch im Game drin, Alter? Schau dir doch die Hitbox an, das ist genau so schlimm wie fucking Axt, Alter. So, ich bin nochmal ganz kurz weg, Alter. Ja. Ich lass dich mal alleine da rumragen. Ja. Shoulders. Die Honorher. So, ich bin nochmal zur Zeit作ren, intent muy Agreement werden. herzlich willkommen liebe zuschauer jetzt können wir anfangen 0 zuschauer bringt nichts meine clickbait taktiker und es ist schon wieder ich rieche es schon was wir trop auflösen für den trupp erst mal gründen du krieg ich Okay. so einstellungen lager ist und es fängt an so einstellungen lager ist so ein müller ach man ich fasse dieses spiel nicht mehr ich habe jetzt 100 lp verloren durch so viele games so einstellungen lager ist so einstellungen lager ist so einstellungen lager ist so was mache ich jetzt hier ich reite zu meinem lager und angel so einstellungen lager ist so einstellungen lager ist so einstellungen lager ist so einstellungen lager ist und dann so einstellungen lager ist Okay. Hallo Rocky, komm mal her, du bist mein Lieblingskater. Ja, du bist mein Lieblingskater. Boah Rocky, du sammerst mich voll, alter, was geht bei dir schief? Ja, du bist mein Lieblingskater. 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 Okay, das war schnell. Ja, du bist mein Lieblingskater. 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 Soll ich mal versuchen von meinem PC zu streamen? Wie bitte? Soll ich mal versuchen von meinem PC zu streamen? Wie meinst du versuchen? Du kannst ja nicht über Playstation streamen. Wobei doch, du kannst dir irgend so ne App runterladen, so ne Anwendung auch von Playstation und dann kannst du quasi die Playstation einfach damit mit dieser App verbinden und dann kannst du über dein PC spielen, also über Bildschirm und so. Und über Tastatur und Maus, glaub ich. Ja, was meinst du? Ach, keine Ahnung, Alter. Was meinst du? Es gibt so ne App. Die kannst du dir so aufm PC runterladen. Und dann verbindest du die und dann kannst du auch, sag ich mal, mit Controller oder so, äh, kannst du dann quasi von dem PC streamen. Aber du kannst trotzdem quasi wie auf deine Playstation zugreifen. Nur das ist halt ne Anwendung und rein theoretisch kannst du die Anwendung pausieren. So, dann kannst du wieder ganz normal auf dein PC zugreifen. Naja, dann nutze ich lieber OBS oder Infidia. Ja, aber dafür brauchst du ne Elgato. Nö, äh, wohl nicht. Hä, du musst doch... Du musst doch Playstation an dein Dings, äh, an dein PC an. Nö, aber wenn ich nur, wenn ich nur über mein PC spiele. Ach, so, ja. Ja, das ist ja nicht so. Ja, ja. Es gibt nur PS4, aber grad nicht so was ich spiele. Red Dead Online, kauf du Red Dead Online. Das ist sogar, äh, runtergesetzt. Auf, ach, ich weiß nicht, kann ich nicht sehen. Aber guck mal bei, äh, im Store irgendwie bei Sommerrapporte oder so. Angebote. Ja, oder da. Bis zu 60 Prozent. Wie bitte auf die Sicht. Vielleicht gibt er Verretted Redemption ein. Äh, 9, 3, 40 Euro. Von? Von? Von 70. Okay. Ey, keine Ahnung. Also die Story, allein schon wegen der Story würde ich mir das holen. Die kam Overwatch Legendary Edition von 60 Euro auf 20 Euro runter. Shish. 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 Ohne Flax, Digga, kauf dir, kauf du Red Dead Redemption. Ich weiß, ich hab nur 8 Euro auf der Place und ich hab keinen Bock, das aufzuführen. Junge, mach einfach über Paypal. Ja, aber ich hab keine, äh, ja. Weil du musst mal überlegen, dir die Story, ne? Jetzt ohne Flax, so, klar, ich feier Red Dead Redemption, aber das ist ohne Flax die heftigste Story, die es überhaupt in dem Videogame gab. Und allein schon diese, äh, das Realistische an Red Dead Redemption, so mit der Natur und allem und der, dass dir Leute aus deiner, aus seiner Gang da, ähm, über den Weg laufen können und sagen, ja, wir vermissen dich im Lager. So, wie heftig ist das bitte? I don't know. Und Storytelling, also 6 Kapitel, 2 Epilog-Teile, glaub ich. Also, lohnt sich schon, sind, was hab ich geguckt, ich glaub 70 oder 80 Stunden Spielzeit. Hm. Ich hab keine Ahnung. Ich hab's mir auch für 80, äh, ne, 80, ne, für 70 hab ich's mir gut. Digga, was ist das für ein Riesenfisch, Digga? Ja. Ja. Partie. Warte, ich sag dir, was ist. Digga, es ist ein Sehstör und wie 8,76 Kilo. Uff, Alter. Stabil. Stabil. Ja, stabil. Probier. Digga, ich will den Fisch auseinandernehmen. Lass mich den Fisch auseinandernehmen. Soll ich mir GTA 3 holen? Über Playstation Now oder was? Oder live oder wie das heißt? Nee. Nee, über Playstation. Junge, ich kannst du gar nicht auf APs viel spielen. Doch. Hä, aber doch nur über dieses Playstation Now oder wie das heißt? Nee. Aber kein Scheiß, Alter. Liberty City, ja. Heftig. Wollte ich auf jeden Fall nicht machen. White City war doch Teil 2, ne? Ja, kann gut sein. Was war Teil 1? Teil 1... Oder... Warte mal. Liberty City war... Dann gab's noch San Andreas. White City. Weißt du, ja. Dann gibt's sicher auch irgendwie noch Liberty City Stories oder so. Ist das nicht auch so ein Abklatsch oder so? Jetzt lass mich diesen scheiß Fisch hier zerlegen. Weißt du, was ich gerechtfertigt finde? Wird ein Spielehersteller kein Geld bekommen und alle Spiele werden kostenlos. So, auf jeden Fall gerechtfertigt, ja. Junge, ich will diesen scheiß Fisch hier. Also, beziehungsweise nur für mich, ne? Ja, klar, klar, klar. Hä? Würde ich mir für Fakten jedes Spiel Game Keys kaufen und die dann später verkaufen. Wenn das Spiel an Wert steigt. Wie die, äh, ging's McDonalds-Dosen von... Äh... Wie heißt der nochmal? Ja... Taterot, genau. Und seine fucking McDonalds-Dosen, äh... Nicht Dosen. Gläser, Junge. Glä... Gläser. Gläser, Alter. Digga... Für mich wollte er die verkaufen, 200 oder 100.000? Ach, der ist behindert. Ne, Digga... Er hat einfach durchblickt. Oh, ich find scheiß, dass man diesen Fisch nicht zerlegen kann, ey. Was ist das für eine scheiße, ey. Junge, ich will es aber verdammt nochmal zerlegen, ja? D-D-D-D, d-D, d-D-D, d-D, d-D-D. Ich will es ins Spiel. D-D, d-D, d-D... D-D, d-D, d-D... D-D, d-D, d-D... D-D, d-D, d-D... D-D, d... Acht. ich brauche für mein shop da brauche ich so richtig viel zeugs für meinen malen business so jetzt muss ich mir gleich mal gut kaufen weiß was geiles hat jetzt ein crossover mit wwe was die legends haben halt so ein outfit wie es gibt vier neue outfit sind mit john cena becky lynch xavier woods und roger davor in die von adventure times hellboy kennt man aber aber hier das hier also wer hellboy nicht kennen ist hellboy nicht der der die diese beiden dinger im kopf ne die werden der die abgetrennten hörner genau hat sich der name in globox was globox black knight ja ok nicht unter dem namen black knight oder fortnight okay kauft ihr jetzt redhead redemption digger ist nicht ohne grund eins der beste video spieler ja es hat braun es hat braun es hat braun Allah. Allah. Das war's für heute. die steuer jungen kauf mir den ab 7 dollar 25 aber kein scheiß es es mit die im mit Oh Gott! I'll tell them to maw about this. Can anybody help? I can't cut them off. I can't cut them off. What is that? Miami. Yummy Party in the city where the heat is on Digga, das ist so ein Kackspielmodus, what the fuck Hey, what's up guys, I am Sack65 mate Trick in the6-9! Trick in the6-9! Rocher-5! Trick in the3-5, Trick in the6-6 Vielen Dank. Vielen Dank. Geht doch. 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 EASY Sam, ich geh auf, ich guck noch was zu meinem Computer, dann geh ich schlafen, Alter. Schlafen? Schlafrhythmus, wie ist das? Schlafrhythmus, Junge, du machst deinen Schlafrhythmus kaputt, wenn du um halb sieben schlafen gehst. Ja... Der bleibt online. Ist auf Ehre. Hast du Ehre? Ja... Such an. Dann hörst du nicht, wenn du aufgehst. Oh, Hunt! Ich bin durch die C von GTA, du fucking feist. Was ist mit PC? Was? Was ist das? Nichts, ich weiß, durch die Games von GTA Online durch. Durch die Games von GTA Online durch? Rockstar Games wird supported. Weil support ist Mord, Alter. So ist das doch, ne? Verwendung dieses Spiels unterliegt den Lizenzbedingungen im Spielhandbuch, bla bla bla, das habe ich niemals bekommen. Der nicht übertragbare Zugang zu besonderen Features, wie inklusive Inhalten, Falschreiber und Inhalten herunterladen. Alles klar. Ja... Gegner im US-Serie R1 Online. Viereck Online mitgeladen. 100%. Willkommen bei Rockstar Games Social Club X Switch Prime. Deine Belohnung in Höhe von 250.000 GTA-Dollar wurde auf dein Konto überwiesen. Vielen Dank, dass du dein Social Club-Konto mit dem Switch Prime vergriffst hast und deinen Switch Prime-Vorteil bis zum 19. Juli angefordert hast. Die Belohnung in Höhe von 250.000 GTA-Dollar wurde auf dein Maceback-Konto überwiesen. Oh, er kriegt einfach Geld in den Arsch. ... und den Social Club-Konto überwiesen. ... und den Social Club-Konto überwiesen. Also, ich habe jetzt auch bis zu 15% GTA-Bonus für alle Cash-Karts sichern. Details, anwenden und Updates zu aktuellen Vorteilen unter Twitch.Amazon.com.com. Weißt du Bescheid? Das würde ich noch find-watt auch gehen. Gegner-Modus Serie. Story-Monus Online wird geladen 50%. prozent jungen will auch mal verkackter fisch anbeißen oder ich habe zwei zuschauer geheimnis angebot gestaltet und in 25 mal geht die art oder im kauf von einer partie einer ich habe gedacht jetzt wäre ein cooler typ im stream da und dann ist es party war schluss partys im stream kommt jetzt noch irgendwann online oder vielleicht wird online bleiben geht hier online doppelte belohnung für casino arbeitsmission falls du etwas arbeit für das der diamond erledigen ja mann der deutsche arbeit bis zu 14 august doppelte gta dollar und rp um diese aufträge im freien modus als die rp beziehungsweise ceo zu starten jetzt hier online protest ja mann casino und resort t-shirt und mehr freischalten egal ob du noch am aus nach arbeit jetzt oder einfach da denkt sich dein dad oder dein ma auch erst mal dick heiße behindert was redet da so viel party heute nacht ja auch heute nacht vielleicht aber doch bin ich auch online glaube ich aber die nicht der welt der schlafen in der hund komm der komm 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 okay wer kam da rein nichts mein dad geh mal auf und heute nacht ja und nö party weil ich bleib einfach bis heute nacht on und wenn du online kommst gehe ich einfach auf habe ich gleich wie es mal vor schlappierter schlappierter als mal wer werte überhaupt mod gegeben da ich kann mir nicht vorstellen dass ich das fahr aber bleibt bei beides ich brauche die wiedergaben minuten was vielleicht trotzdem wiedergaben minuten kräg ist dies ist not possible party hast mein teil gelegen leider steht description musst du dir durchlesen leider ist ein paypal link junger schickt mir geld los glücklich schickte mir war schickte mir mal center der schenke den zurück geliefert geld zurück wenn es so ist ja beides ja so jetzt mich an die ja mich an die hat einer von euch habt ihr luke hast du leid gegeben auf mein stream party hast du leid ich weiß nicht ich hab den geliked wo diese armen leid ihre eigenen stream schneiden ja kennst du da kennst du die schlappst du die leute 8,5 kilo digga das was ist da los wiegt johanna vor 200 jetzt ist ja kein sinn gemacht ne johanna in ihren best times hihi früher als kind bisschen ja ich war mit dem kindergarten so wir waren nicht in derselben gruppe aber wir waren im selben kindergarten und meine mart auch also ich wusste das nicht aber meine mart gesagt die war schon immer ständig etwas fülliger ja sie war schon immer fett kann es ruhig so warte mal wo ist der next mac märzge sorry 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 ich kann auch wieder musik an machen ich hoffe du guckst auf meinen stream guckst du noch meinen stream ja hier und dann will mir einer sagen red dead redemption scheiße wenn man einfach diese lichtverhältnisse sieht porno der spielt erstmal auf dem 4k auf dem richtig guten pc dann sieht es sexy aus ja oder auf der ps pro ja ps pro ich habe einfach drei dislikes weißt du wo kommt die her es haben mir maximal drei leute zugeguckt ja 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 mein foto also mein auto um das fahrzeug zu reparieren kostet 235 cash ein bisschen angekratzt wenn ich das auto explodieren lasse und bei immersed mortal wieder hole kostet 135 cash das macht überhaupt keinen sinn richtig das macht keinen sinn ja 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 natürlich trich ja 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 und wo Hast du den Minus nicht mal? Nein. Doch. Did my brain stop working or what? So. 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 Natürlich. Wurde ich umgebracht. Ich bin nur ins Casino, Alter. Wurde. Das ist meinefield. Everybody choke genau The clock's run out, time's up Oh The open Oh my god Duh Duh Da kommt der Mumble Rapper raus Mumble Rapper da Pah Das ist ihre Mumble Rap kannst du nicht Rap nennen Dum 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 Ich meine Warman Fornication Luki reicht, ne? Sonst krieg ich ja noch Copyright Strikes Ja doch, kann nicht, du musst eintauschen Ehrlich? Ja Das geht? Ja, 61.000 Warum sagt mir das, Kai, der hier hat 100k jetons Jetzt hab ich 300k Nicht schlecht, Digga, ich hab 3 Millionen Schnauze, Alter Ich bin's Timothy Ja, schnauze screaming Schnabel Montere I dream a kind of fornication. Haha, das ist wirklich das. Western Civilization. California Cation. Digga, Red Hot Chili Peppers nur. Luki singt einfach nur California. Alles wird zu übersprungen. Und wenn California Cation kommt, wird rausgehen, oder? California Cation. Nice, ja, nice. Stabil, oder? California Cation. California Cation. California Cation. Danke. Ja, Luki. Viel zu starker. Dream again fornication. Dream again fornication. Auf mich wurde 5000. Oh, Kopfgeld. Euro, oder? Negation. Dream again fornication. Dede. Dede. da. Wie das haben die sich eigentlich aufgelöst? weil die keinen bock mehr auf dich hatten ich bin der grund gewesen die roten heißen chili die roten heißen chili und hot steht nicht vielleicht für schaden ich habe keinen fahrzeichen vor uns ich bin so ein fixer ich konnte kein passmodus aktivieren Möchtest du mir das Red Dead Redemptive Verlösungsbuch abkaufen? Hier, wo bist du? Mechaniker Wieso kann der Mechaniker nicht der erste Kontakt in meiner Kontaktliste sein? Ich brauch den am meisten Lester, auch Ja, Lester Wie? Ja Nein, 9-11, Alter California Bokku Oh, hier ist wieder da Mission abgeschossen. 7 Dollar. Geil. Klappt das, Luki, oder wie nennt man deine Behinderung? Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na... Na-na-na-na-na... Na-na-na-na-na-na-na... Na-na-na-na-na-na... Na-na-na-na-na... Ich hör mir wieder 2000er Musik an, oder es ist einfach so sexy, aller... Sexy babe. Sexy babe. A little E-Murko! Na 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 Oh sex, babe Sex, babe Na 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 Oh sex, babe Hm 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 Oh, es gibt doubled Doubled RP Hm Ich hab 20.000 Euro für irgendwas bekommen Was? Okay, ich, ich nimm's I take it Ehre genimmst I do not throw this total dollar away Shit, shit, shit I'm so glad you came Thank you Seems your efforts have not been entirely in vain Have produced some rather surprising results Well, not surprising Confusing After castigating me as a A widow A harlot A fool A madwoman Anything Who sex, babe Would you kindly take us to blackwater Na 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 In The End von Linkin Park, oder was ist das? Digga, kennst du das nicht? Laberkeit, scheiße. Ja, aber ich muss nicht mal... In the end, it doesn't even matter. Okay, doch, ja, okay. I've tried so hard and come so far. But in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it. American Idiot von Green Day. Ne, warte, es gibt... I don't need an American Idiot. Achso. Genau so geht das, Alter. I don't need an American Idiot, und ein... Yeah von Usha. Ja, Alter, ja, ist das, was man von Luke kennt, Alter. Jaan, 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 jaan jaan, jaan Schlipp anför什么 Na 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 Der Drin Gaunt von TIE. Kenne ich das? Nanaanaana. Kennst du Island of Man? Ist das ein Motorsport Festival? Nee, kenn ich nicht. Glaub ich. Digger, guck dir das einfach mal an, so ne Reportage darüber. Oh, Spotify von Spotify. Digger, ich hasse es. Ich kann mein Spotify, also mein Spotify Premium konnte nicht mit meiner PlayStation verbinden, das ist voll komisch. Jessica! How lovely to see you! Why, it's been a long time? No, it hasn't. Not comparable to you. Digger, bist du mit deiner Desktop-App, Alter? Ich bin auf dem fucking... ... in der fucking PS4 und ich kann immer noch nicht aus... ... Banner klitten. What up, Gangster von 50 Cent Ella. Der hat noch nie gehört. ... und dein Bruder-in-Law. ... aber er ist tot. Well, er war ein schlechtes Mann. Ich bin glücklich, dass er tot. Und dann die Bands-Gallab. Und dann die Bands-Gallab. Und dann die Bands-Gallab. Sie sehen nicht ziemlich gut, meine Liebe. Ich bin nicht. Ich bin mit der Gefängnis. Oh, natürlich. Ja, unsere Leben kann sein schrecklich. Aber es gibt eine... ... die wir müssen diskutieren. Oh, so, da ist es. Oh, du siehst... ... er und ich hatten ein Agreement. In dem Event, als ich sterbte, der andere hat Kontrolle des Geschäfts... Auf mich wird schon inzip geschossen. ... ... ... ... ... ... ... ... Swine, Alter. Was ein Wichser, Alter. Komm ins Finger. Komm ins Finger. Komm ins Finger. Komm in die Bar. Winsen wir? Oh, das ist auch ein gutes Spiel, Alter. Oh, 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 oh. Geht, deine Mane! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 2, 3, 4 3, 4 3, 4 3, 4 3, 4 3, 4 3, 4 3, 4 3, 4 3, 4 3, 4 3, 4 3, 4 3, 4 3, 4 3, 4 3, 4 3, 4 3, 4 4, 4 4, 4 4, 4 3, 4 3, 4 3, 4 4, 4 3, 4 3, 4 4, 5 4, 5 4, 5 4, 5 4, 5 5, 5 5, 5 5, 5, 5 5, 6 5, 5, 6 4, 4, 5 on 5, 5